Musik Da, 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 guck schnell da hinten, da guck mal, da, mit dem Stab, ist er das nicht? Das ist er, ich mein, das, 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 da, da ist er doch, oder? Du kennst dich doch aus, du kennst dich doch, hinterher, hinterher, hat er uns gesehen? Er hat gar kein Geschenk gesagt dabei, gleich geht er da rein, dann hauen wir hinterher. Los, 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 los. Ich lebe, bevor er weg ist. Leider, guck, ich glaub, er geht gleich einen Riewein trinken. Ich hab ne Idee, der wird gleich ins Kreis laufen. Wenn wir andersrum gehen, dann kriegen die ihn vielleicht. Ja, los, los. Entschuldigung, ich muss mal schnell durch. Ich glaub, ich hab den Weihnachtsmann gesehen. Alles voll hier, alles voll. Kamil, komm schnell. Jetzt komm ich hier nicht durch, hallo. Schnell, 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 der Weihnachtsmann. Stopp, 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 stopp. Guck mal, da ist so ein Geschenk. Guck mal, da ist so ein Geschenk. Oh! Der Nikolaus. Der Nikolaus. Guck dir das an. Es ist der Nikolaus. Es ist der Nikolaus. Ich hab's gewusst, dass du der Nikolaus bist. Ich such dich schon seit Wochen. Oh. Dankeschön. Nun? Schmeckt's? Ich weiß nicht, es schmeckt nur Alufolie. Dankeschön. Bitteschön. Bis bald. Oh! Der Nikolaus hat mich – äh! Eine Produktion der Sparte Puppentheater am Theater Koblenz. Mit freundlicher Unterstützung der Abteilung Zeitgenössische Puppenspielkunst der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin.